hallo meine lieben freunde hier ist euer 66 mit mittelgear rising ja angespielt und kein let's play das game dauert auch über eine stunde des angespielt das video ja mittelgear rising kommt von der mittelgear reihe normalerweise ist mittelgear mittelgear solid sagen wir mal so 1234 ein taktisches spiel eigentlich so wie es ähnlich so wie splinter selten für pürschen taktischer shooter spiel richtig geil und hier ist es halt was anderes ist im style von devil may cry oder god of war kann man sagen hätten clay oder wie das auch heißt laufen zerschneiden ist auch aber richtig gut gelungen aber wenn ihr die wenn jetzt ja was soll ich sagen wenn ihr euch das hier jetzt nicht gefällt probiert mal die mittelgear solid reihe die ist richtig richtig geil mir hat aber rising gefallen deswegen bringe ich auch hier ein video über eine stunde und hier seht ihr wir sind schon im spiel drin ich nehme das nachträglich noch mal auf und hier seht ihr könnt mit deinem schwert alles zerschneiden was ihr wollt was verschneitbar ist hier seht ihr es auch ich probiere es auch aus ja das spiel finde ich eigentlich richtig anfangs war ich misstrauisch ich bin ja ein großer mittelgear solid fan wo ich dann rising gehört habe weil ich misstrauisch es ist kein mit richtiges mittelgear das spiel muss man sagen da sind halt paar kleine mittelgear solid features drin mit dem kiste und der tonne und so aber es ist kein mittelgear solid für die mittelgear solid fans ihr werdet damit enttäuscht sein weil es ist kein mittelgear solid mehr es auch kein mgs zwei mäßig hier ihr seht ihr läuft mit dem schwert ist mehr action einfach laufen zerschneiden killen stücke hatten die leute ja cut and will steht mittelgear range ist a stunning epic action game set in mittelgear solid universe you take control of raiden a cyborg ninja armad with a high frequency blade which can cut through virtually anything feel the power of full 360 degree blade control and experience a new kind of mittelgear game ja steht zum beispiel hinten der verpackung drin es ist es ist ein tolles spiel ist halt kein mittelgear wartet auf michel die mittelgear ground zero das ist wieder ein klassischer mittelgear solid einfach kojima hat hier etwas anderes überlegt gehabt ja und es ist eigentlich recht gut gelungen ist eine nette abwechslung halt right und als cyborg wie sein leben eigentlich ist ja ist eigentlich richtig cool und jetzt gleich fängt es auch an mit wirklich action deswegen lasse ich euch mit dem gameplay jetzt schon mal langsam alleine weil hier ihr seht die leute reden aber unten könnt ihr wenigstens mitlesen ja so weit hoffentlich gefällt euch eine stunde mittelgear soll rising mitten and boss fight also das war euer 66 shadow bye bye ja 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 und und Dann bring me more, and maybe I can develop something interesting from it. Wunderbar! My hack was a success! Forge the elevator, right! For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains and the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floor. You need to get to the 20th floor and pass the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than three systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Well, that's why you're not using that location. This magnificent square being vapeed. You will need to get to the 3rd floor for each of the other's walls. You will need to且 back without the block. That's the way I am to keep going to the floor soon. But you can see if you have a ladder of the roof. You will be placed on the floor. So let's get to the floor. Because I have to move on the floor. I will not be protected from the floor because I can't stop the floor. I have to be the floor. This is an absolutely perfect. You will enjoy my entire area. Ah, die Sicherheit, Gang. Es ist aus einem Stil-Alloi, von einem hohen Frequenz elektrischen Körnchen. Es sollte sich unbezüglichen, wenn die Kraft ist. Die Schmerzen sind geschehen! Ah, sie haben Sie! Nein, jetzt gehen Sie! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? 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 Das will take care of security. Now, head back to the gate. Aiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Uh, well, as you wish? I must say I have turned more than a few men into skyboard, but you, well, your path is most, uh... What are you getting at, Doc? What are you getting at, Doc? Most of the time you're working with First World Ex-Military, grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of gorillas, your typical patient gets paid to slaughter. Uh, perhaps, but, uh... This shouldn't be news to you, Doc. Uh, yes, yes, but, uh... Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. Uh, yes. They're pouring in from everywhere. This is crazy. You do not have to fight every enemy you encounter, right? Cranky, open! Uh, yes, 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 yes. Das war's für heute. 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 Das war's. 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 Das war's.